Wir waren am Wochenende auf einer Hochzeit und das war die Location. Der Kronleuchter hat auch nur auf meiner Kamera so geflackert. Jedenfalls habe ich es die letzten Wochen bestimmt oft genug erzählt. Mika's Schwester hat noch mal geheiratet. Vor zwei Jahren haben die schon mal standesamtlich geheiratet. Da war Lucky noch im Bauch und wegen Corona haben sie jetzt die Freitrauung immer wieder mal geschoben. Und deswegen ist es erst dieses Jahr geworden. Und wie so Hochzeiten eben ablaufen, gibt es jede Menge Kuchen. Mika hat irgendwie ein überdimensional großes Stück bekommen. Freutage am Spiel Golf und das konnten dann auch die Gäste ausprobieren. Und ich habe mich so lala angestellt. Das Essen war genauso lecker, wie es hier aussieht. Und Lucky hat ganz viel Zeit mit Oma und Opa genossen. Und von unseren finalen Hochzeits aus, das haben wir Fotos gemacht, das könnt ihr bei Insta angucken. Wie war euer Wochenende?